Der Einfluss von Prominenten und Medien auf Mobbing. Hi, mein Name ist Daniel Dudek. Lass uns ins Eingemachte gehen. Haben Prominente und Medien Einfluss auf Mobbing? Ja, natürlich haben sie das. Möchte ich damit jetzt eine generelle Schelte gegenüber Prominente und Medien ablassen? Nee, absolut nicht. Denn es gibt ja auch sehr, sehr positive Vorbilder in der Medienlandschaft. Aber wir wollen auch offen und ehrlich miteinander umgehen. So wie es in meiner Branche der Coaches, Berater und Trainer absolut Menschen gibt, die überhaupt nicht ansatzweise das leben, was sie predigen und die sogar mitunter über andere im Hintergrund und in der verschlossenen Türen lästern und diffamierend unterwegs sind, also Spielform von Mobbing benutzen, gibt es auch in der Branche der Prominenten und der Medienschaffenden natürlich Menschen, die das Ganze unterstützen. Es gibt ganze Formate, die Mobbing unterstützen. Ich habe früher mal gesagt, wir schauen DSDS, das Supertalent, und machen uns über die Protagonisten lustig, um uns danach über die Verrohung der Jugendlichen auf den Schulhöfen aufzuregen. Finde den Fehler. Natürlich gibt es das. Es gibt ganze Formate, die darauf aufgebaut sind, dass ein Teil der Gesellschaft, der diese Formate konsumiert, sich über andere stellen kann. Dahinter stecken tief verwurzelte Bedürfnisse. Limbische Marker, wenn man so möchte. Das sind Teile des Gehirns, die da angesprochen werden, bewusst oder unbewusst. Ich würde sagen, Mediengestaltende sind mitunter schlau genug, um zu wissen, was sie da tun. Unterstelle ich ihnen böse Absicht? Nein, ich unterstelle ihnen einfach nur, dass das die beste Handlungsstrategie ist, die sie haben. Medienschaffende, je nachdem, wo sie arbeiten, haben natürlich einen Zweck. Und das ist am Ende Einschaltquote. Weil Einschaltquote am Ende für Werbung sorgt. Ist da jetzt erstmal was Negativ dran? Nee, das ist weder gut noch schlecht. Das ist jetzt erstmal nur ein Fakt. So, wir als Konsumenten könnten ja auch entscheiden und sagen, also ihr könnt ja diese Angebote schaffen, die für den Medienschaffende, wir gucken es nicht. Und schon würden die Medienschaffenden andere Formate kreieren. Da muss man ja auch mal, gibt es ja zwei Seiten einer Medaille, die bösen Medien, die uns Formate schaffen, wo wir uns dann über andere lustig machen können. Sie sind schuld. Ja, macht ein Fernseher doch einfach an der Stelle nicht an. Dann sind in vier Monaten die Programme anders. Also hier will ich auch wieder nicht so eine pauschale Medien-Sheld. Oder Prominenten-Shelter. Aber ich will sagen, es gibt auch Leute, die das Ganze befeuern. Es gibt Medienformate, die das Ganze befeuern. Und es gibt Menschen, die in der Öffentlichkeit über andere herziehen, die über andere lästern. Und das, obwohl sie eine große Reichweite haben. So, ich nehme mal das Beispiel der Rapper. Ich finde Rap-Musik cool. Ich bin selber mit Rap-Musik aufgewachsen. Alter Hip-Hop bei alter Schule. Damals noch, als es MCs, Writer, Breaker und DJs gab. Das ist ja heute leider nicht mehr ganz so der Fall. Also es gibt sie noch, die Writer und die Breaker. Aber irgendwie, Hip-Hop ist halt eher mittlerweile Produzent und Rapper geworden. Ist auch nichts gegen einzuwenden. Dinge verändern sich. Aber Rapper waren für mich immer... Das war cool. Wenn Sammy Deluxe damals auf Dynamo Deluxe Soundsystem wirklich so als Battle-Rapper reinkam und bei V jetzt wirklich so gezeigt hat, dass er der Typ mit den geilsten Flows, den geilsten Texten ist und eigentlich über den anderen steht, dann habe ich das nie als Mobbing wahrgenommen, sondern als Kunstform. Und ich wusste auch, dass der Sammy wahrscheinlich ein echt netter Typ ist. Oder wenn Dende damals über die Beats geflogen ist und halt auch mal gezeigt hat, wer der Coolste ist. Für Falki in der Leitung. Mit Kone Schau und der Zaut Reizung. Das waren einfach geile Dinge. Dann kam irgendwann ein cooler Warsch. Der wurde dann ein bisschen härter. Dann kam die Agro-Phase Bushido und dann wurde der Battle-Rap und der Gangster-Rap irgendwie dann doch ein bisschen größer geboren. Im Ruhrpott die ganzen Battles. Das war geil. So, würde ich jetzt sagen, die ganzen Rapper sind schuld an der Verrohung der Kinder? Nee, natürlich nicht. Aber wenn ein Rapper sagt, also ich habe überhaupt gar keine Mitverantwortung, ist das genauso so ein Nonsens. Anstatt einfach zu sagen, ich bin mir meiner Verantwortung bewusst, aber ich gehe dieses Spiel mit dem Feuer bewusst ein, weil, und jetzt begründet man das gut, dann kann doch jeder damit leben. Dann kann man auch noch sagen, okay, alles klar, man wenigstens bist du ehrlich, aber zu sagen, also meine Texte haben gar keinen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern, so, was? Das stimmt doch einfach gar nicht. Aber es gibt einen Index und zu harte Texte werden indiziert. Ja, genau. Es gibt auch Pop-Texte, die nicht auf dem Index sind, wo man sagt, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist für jugendliche, junge Mädchen, was da in den Pop-Texten von Sängerinnen und Sängern gesungen werden. Also, natürlich gibt es eine Mitverantwortung. Das ist einfach so. Das kann man auch nicht abstreiten. Auch ich wurde geprägt von diesen Rappern damals. Ich habe eine Pöbelschnauze, wenn man so möchte, paar Äxte Longs. Wenn ich die loslege, dann würde man nicht glauben, dass ich Mobbing-Präventionscoach bin. Aber ich weiß, in welchen Kontexten ich so reden kann. Wenn ich mit meinen Kumpels von damals abhänge und wem wir uns mal treffen und jeder ist so aus dieser Hip-Hop-Welt, dann rede ich anders als in so einem YouTube-Video und anders als mit meinen Mitarbeitern. Bin ich deswegen nicht authentisch? Nein. Aber ich will ja in der Welt hier ein Vorbild sein, denn hier gucken mir nicht nur Leute zu, die aus dieser Welt sind. Also, warum sollte ich sie mit dieser Welt in Anführungsstrichen so konfrontieren, dass ich sie vielleicht auch dahin beeinflusse, das erste Mal im Leben einfach harte Schimpfwörter zu benutzen mit ihren Freundinnen und Freunden, die das ja gar nicht einschätzen können. Wir haben alle eine Verantwortung. Und ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, sei der Star, der den Unterschied macht. Anstatt zu überlegen, wie kann ich sozusagen Menschen, wie kann ich mich besser darstellen, indem ich andere diffamiere, ist doch die Frage als da, wie kann ich andere größer darstellen, damit ich selber scheinen kann. Also anders gesagt, für mich machen starke Menschen andere stark, schwacher andere schwach. Und wenn ich als Star oder Prominenter oder auch Medienanstalt bewusst Formate unterstütze oder auch rausbringe, die dafür sorgen, dass andere in irgendeiner Weise diffamiert oder kleiner dargestellt werden, als ich es selber bin, sorry, dann ist das für mich schwach. starke Menschen machen andere stark, schwache schwach, weil der Schwache möchte durch die Schwäche des Anderen selber im besseren Licht dastehen. Haben also Prominente und Medien einen Einfluss auf die Problematik von Mobbing auf Schulhöfen und sonst was? Ja. Sind sie allein nicht dafür verantwortlich? Nein. Sind Lehrer allein nicht dafür verantwortlich? Nein. Haben sie eine Mitverantwortung? Ja. Eltern, sind die allein nicht dafür verantwortlich, wenn ihre Kinder zum Beispiel Mobbing auf dem Schulhof praktizieren? Nein. Haben sie eine Mitverantwortung? Ja. Natürlich, weil sie sind ja Teil des Systems. Ein großes Ding, was viele Menschen gerne machen ist, sie klammern sich aus ihrem eigenen Leben aus. Also alles, was um mich herum passiert, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Diggi, du bist doch dabei die ganze Zeit. Du bist doch Teil dieses ganzen Systems, komm mal klar. Natürlich hat das auch was mit dir zu tun. Bist du deswegen schuld an allen Dingen, die in deinem Umfeld passieren? Nein, hat doch überhaupt gar kein Mensch behauptet. Aber natürlich hast du eine Mitverantwortung an dieser Stelle. Und wenn Menschen einfach mal hingehen würden, Rapper sagen, yo, meine Texte sind offensichtlich nicht unbedingt förderlich für die Sprache der Jugendlichen, weil nicht jeder Mensch ein Sohn oder nicht jede Frau eine ist. So, aber ich mache das trotzdem, weil das ist für mich Kunstform. Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst und in jedem Interview werde ich probieren, klarzumachen, dass das ein Stilmittel ist wie bei einem Actionfilm oder bei einem Horrorfilm. Aber Leute, ich will auch keine Scheiße erzählen. Natürlich bin ich mir bewusst darüber, dass das eine Auswirkung hat auf die Kinderzimmer und Jugendzentren dieser Welt. Und genauso Lehrer sagen würden, ja, also wir wissen, dass es hier Mobbing gibt und ja, wir würden gerne mehr tun, aber offensichtlich sind wir manchmal auch damit überfordert. Ja, wir haben eine Mitverantwortung, anstatt so zu tun, als ob sie gar nichts damit zu tun haben. Mann, du arbeitest doch in der Schule, in der das passiert und Eltern nicht immer nur sagen, ja, das ist, weil mein Kind jetzt Hip-Hop gehört hat und weil die Lehrer nicht hingucken. So, hä, Mann, Alter, du bist doch selber vielleicht zu Hause nicht der sichere Hafen. Wenn einfach mal alle ein bisschen mehr da hinkommen würden und erkennen, wir haben immer Einfluss, ob Medien, ob Prominente, ob Eltern oder Lehrer. Wir können alle etwas gegen Mobbing tun. Sei der Star, der den Unterschied macht. Sei der Lehrer, der den Unterschied macht. Sei das Elternteil, was den Unterschied macht. Der Sozialpädagoge, der Erzieher. Sei der Mensch, der Freund, der den Unterschied macht. Darum geht es am Ende. Mann, wir können doch den Unterschied machen. Wir können doch die sein, die am Ende andere aufbauen, die am Ende sagen, boah, guck mal, Alter, du bist auf die Fresse gefuhlen, cool, gefallen, cool, ich bin der Erste, der neben dir steht und meinetwegen auch mit dir darüber lacht. Auch das zum Beispiel. So müssen ja nicht alle zart beseitet sein und wenn jemand hinfällt sofort, oh Mensch, du armer Mensch, du bist hingefallen. Mann, du bist hingefallen, das war witzig. Wir haben uns mal einmal kurz mit dir darüber kaputt gelacht. Denn es gibt einen Unterschied. Wenn Menschen in peinliche Situationen kommen und wir mit ihnen lachen, dann baut sie das mitunter auf. Wenn wir über sie lachen, macht sie das unter anderem kaputt. Wir müssen wieder mehr miteinander lachen, statt übereinander zu lachen. Nur beides ist ja vollkommen verdreht. Wir schaffen es sehr gut, über andere zu lachen, wir können aber nicht mit ihnen oder über uns selber lachen. Das heißt, mir fällt es sehr leicht, mich über den lustig zu machen, der hinfällt, wenn ich aber selber hinfalle und Leute mit mir darüber lachen wollen, oh, dann bin ich getriggert. Zart beseitet, ohne Ende. Keine Kritik daran, dass man zart beseitet ist. Ich will ja nur sagen, wie verdreht das Ganze irgendwie da draußen ist. Es fällt uns leicht, uns über andere in einem Format lustig zu machen, aber mal über uns selber lachen zu können und mal auch ein bisschen Humor über uns selbst zu haben und über unsere Fehler schmunzeln zu können und vielleicht einfach auch mal über unsere, naja, sagen wir mal, Schwächen und Marke lachen zu können, um die Dinge mit Humor zu nehmen. Das geht ja völlig abhanden. Alle sofort getriggert, wenn irgendwas ist. Aber sich dann hinsetzen und scheiß Formate gucken, wo sich über andere lustig gemacht wird. Naja, aber ist ja auch klar, Schwache machen andere schwach und Starke machen andere stark. Ich will euch also einfach nur aufrufen, lass es doch ein bisschen stärker sein, lass es doch auch dann ein Role Model sein, weil je mehr Prominente, Rapper oder was auch immer, sich hinstellen würden und diese Dinge den Kindern und Jugendlichen vorleben, deren, die nun mal ihre Musik hören. Ja, ich bin mir gar nicht bewusst, dass, äh, also meine Musik ist für junge Erwachsene. Digga, Alter, Dodge Rap, Branden, Noise Scream, hauptsächlich Kids. Und ist doch auch nicht schlimm, man macht die härtesten Texte, wie es geht, aber dann stehe dazu und sage, ja, ich weiß, ich bin mir meiner Verantwortung bewusst und ich weiß auch, dass ich eine Mitverantwortung dafür habe, was da draußen passiert. Ist doch, bist doch ein freier Mensch, kannst du doch machen, solange du nicht auf dem Indexlandes oder sonst irgendwelche Straftaten begibst, kannst du es doch machen. Nur dann lasst uns doch ehrlich miteinander sein, weil dann würden die Jugendlichen doch auch viel mehr wissen und sich nicht dahinter ausruhen, ja, also das ist ja eigentlich cool, was ich hier mache, weil das macht ja auch der Rapper und der Rapper oder der Schauspieler sagt ja auch, dass er dann quasi gar nichts dafür kann. Weil würden die dann einfach hören, ach, guck mal, der Rapper, der Schauspieler, der Prominente sagt ja, dass er eine Verantwortung hat, dann habe ich ja vielleicht auch ich eine Verantwortung und dann muss ich ja vielleicht nicht zu Jonas, der mit einer Brille und Pickel in die Schule kommen, die jeden Tag sagen, du Brillenschlange mit einem Pickelface. Dann kann ich vielleicht einfach mal die Klappe halten und vielleicht sogar einfach mit ihm eine geile Zeit haben und den integrieren. In Zeiten, wo wir immer darüber reden, dass wir Leute integrieren wollen und auch Menschen integriert werden möchten, schließen selber dann trotzdem wieder Leute aus. Ich check's einfach gar nicht. Auch Leute, die für die Integration, komm, ich red mich gleich wieder in Rage. Wie siehst du das Ganze? Können sich Prominente und Medienschaffende davon freimachen, dass sie einen Einfluss auf Mobbing haben? Oder sagst du, nee, da kann man sich nicht von freimachen und es wäre wichtig, dass wir überhaupt mal wieder ankommen, bei dem ich übernehme Verantwortung. Das kann man ja wirklich von der Politik ganz oben bis nach ganz unten in der Gesellschaft beobachten. Man war es immer nie selber. Man klammert sich immer aus seinem eigenen Leben aus. Aber vielleicht siehst du das ja auch völlig anders als ich. Dann schreib das gerne in die Kommentare. Und wenn du der Star sein willst, der andere stark macht, dann kannst du auch ein Star in einer Schule werden. Ein Prominenter in einer Schule. Man nennt dich dann nämlich Trainer. Du gehst nämlich als Stark- oder Muckis-Trainer in Schulen, in Kitas, mit Coach-Kinder oder gehst als Berater, Beraterin in Einrichtungen. Und da bist du sowas wie ein Star, wenn man so möchte. Auf mich kommen Kinder zu, nachdem ich ein Training gehe, und sagen, ey, können wir ein Foto machen? Hast du Insta? Kann ich dir irgendwo folgen? Das heißt, ich gehe als jemand rein, der ihnen einfach nur zeigen will, sei gut zu anderen. Und auch mich nehmen sie ernst. Und auch mit mir wollen sie Fotos. Obwohl ich eben halt das Gegenteil von dem beleidigenden, Mobbing-artigen, was man manchmal so in der Welt erlebt, vorzeige und vorlebe. Kinder finden es nämlich cool, wenn man gut miteinander umgeht. Und die lieben Vorbilder, die das tun. Also sei du doch der Star, der den Unterschied macht. Vielleicht auch als Stark- und Muckis-Trainer. Hier, stark-undemuckis.de. Check das! Dir hat dieses Video gefallen? Dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Unsere anderen Social-Media-Kanäle, die findest du hier. Geh gerne mal ein bisschen stöbern. Und wenn du nicht nur dein eigenes Kind zu Hause stärken möchtest, sondern du dir ein zweites Standbein damit aufbauen willst, indem du Kinder stärkst, indem du mit dafür arbeitest, dass wir Mobbing innerhalb von 30 Jahren in Liebe und Achtsamkeit verwandeln, dann geh auf www.starkauchohnemuckis.de